Oberwiesenthal am Fuß des Fichtelbergs ist mit 914 Meter Ü. NHN die höchstgelegene Stadt Deutschlands und der Wintersportort im Erzgebirge, der die meisten Übernachtungen aufzuweisen hat. Die Stadt trägt den Titel staatlich anerkannter Luftkurort. Geografie Oberwiesenthal liegt im Erzgebirgskreis an der Grenze zu Tschechien, die bis Bärenstein dem Lauf des Pöhlbaches folgt. Höchste Erhebung des Ortes ist der Fichtelberg mit 1215 Meter Ü. NHN der höchste Berg Sachsens. Bedeutende Berge in der Umgebung von Oberwiesenthal sind Kaiberg, kleiner oder hinterer Fichtelberg, Eisenberg. Auf tschechischer Seite befindet sich die Gemeinde Luchna-Pot-Klinow-Schem und weiter westlich Bozidar. Angrenzende Gemeinden in Deutschland sind Bärenstein, Krottendorf, Zemertal, Breitenbrunn, Erzgebirge und Raschau-Markersbach. Stadtgliederunggeschichte Von der Gründung bis ins 21. Bereits 1530 erhielt der neue Ort das Stadtrecht. 1559 wurde er wetinisch. Der Bergbau kam im 19. Jahrhundert zum Erliegen. An seine Stelle trat nach dem Übergang ins 20. Jahrhundert zunehmend der Tourismus. Nach dem Zweiten Weltkrieg unternahm die Besatzungsmacht Sowjetunion im Zechengrund seit den 1990er Jahren Naturschutzgebiet Versuche, Uranerz für die Atomrüstung zu finden. Die Spuren sind noch immer sichtbar. Am 1. September 1921 wurde Oberwiesenthal mit dem talwärtsgelegenen Unterwiesenthal, das 1406 erstmals erwähnt wurde und bereits seit 1510 Stadtrechte besaß, vereinigt. 1997 wurde Hammer unter Wiesenthal nach Oberwiesenthal eingemeindet. Einwohnerentwicklung Politik Seit der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 14 Sitze des Stadtrates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen. CDU 6 Sitze FDP 5 Sitze Bürger für Wiesenthal 2 Sitze Die Alternative 1 Sitz Bürgermeister 1990 zu 1994 Udo Kaden 1994 zu 1995 Lutz Heinrich 1995 zu 2007 Heinz Michael Kirsten Seit 2007 Mirko Ernst Im Januar 2002 wurde Heinz Michael Kirsten zum Bürgermeister wiedergewählt. Bereits im Februar 2002 erklärte das Landratsamt Annerberg diese Wahl wegen unzulässiger Wahlwerbung für ungültig. Daraus entwickelte sich ein fünfjähriger Rechtsstreit durch alle Instanzen, der erst 2007 mit einem Urteil des Bundesrepublikum Bundesverwaltungsgerichts Leipzig endete, dass das im Februar 2007 vom Oberverwaltungsgericht Bautzen gefällte Urteil, wonach die Bürgermeisterwahl von 2002 ungültig war, bestätigte und für rechtens erklärte. Heinz Michael Kirsten wurde daraufhin vom Regierungspräsidium beurlaubt. Am 4 November 2007 fand eine neue Wahl statt, bei der kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichte. Im zweiten Wahlgang am 18 November wurde der parteilose Mirko Ernst zum Bürgermeister gewählt. 2014 wurde Mirko Ernst als Bürgermeister wiedergewählt. Städte Partnerschaften Fichtellberg Städte Freundschaft seit 3 Oktober 1990 Lauf an der Pegnitz Städte Freundschaft seit 3 Oktober 1990 Schon nach im Schwarzwald Städte Freundschaft seit 3 Oktober 1990 Hakubert Partnerstadt seit 18 August 2002 Kultur und Sehenswürdigkeiten Museum Wiesenthaler K3 Karlsbader Straße 3 Das Gebäude entstand als Teil des europäischen Projektes zur Intensivierung der grenzüberschreitenden touristischen Zusammenarbeit zwischen der Stadtkurort Oberwiesenthal und der Stadt Ostroff. Bauwerke und Wege Martin Luther Kirche mit Hertet Krippe Distanzsäule auf dem Marktplatz und Ganzmeilensäule am Wanderweg zum neuen Haus in Zechengrund Königlich-Sächsischer Station Stein vom Markt am Grenzübergang Neues Haus und Ganzmeilenstein von der S 266 aus dem Ortsteil Hammer unter Wiesenthal Punkt Punkt Grenzüberschreitender Anton Günther Weg Fahrzeuge Fichtelbergbahn Fichtellberg Seilbahn Älteste Seilschwebebahn Deutschlands Historische Oberwiesenthaler Postkutsche Nachbau von 1939 Sport Im 21. Jahrhundert ist der bedeutendste Sportverein in der Stadt der WSC Leerzgebirge Oberwiesenthal Leistungszentrum in der DDR-Zeit SC Traktor Oberwiesenthal Sportfördergruppe der Bundeswehr Die Anlage der Fichtelbergschanzen mit sechs Skisprungschanzen ist Teil des Olympiastützpunktes Chemnitz Dresden Außenstelle Oberwiesenthal Persönlichkeiten Den folgenden Personen wurde die Ehrenbürgerschaft von Oberwiesenthal verliehen 1994 Jens Weißflug, Skispringer, dreifacher Olympiasieger, Hotelier in Oberwiesenthal 1995 Joachim Kunze, Studienrat und Ortschronist 2002 Ulrich Willing, nordisch kombinierer, dreifacher Olympiasieger 2006 Silke Otto, Rennrodlerin, zweimal Olympiasiegerin Söhne und Töchter der Stadt David Fassmann, Schriftsteller, Historiograf und Publizist Friedrich Wilhelm Prüfer, Politiker, Sächsischer Landtagsabgeordneter Guido Breitfeld, Unternehmer und Sächsischer Landtagsabgeordneter Paul Otto Appian Benevitz, Organist und Lehrer, Begründer des Musikinstrumentenmuseums Mark Neukirchen Karl Hertelt, Maler und Kunstschnittsmeister Franz Ströhr, Friseurmeister, Unternehmer, Gründer der Firma Weller William Wauer, Künstler, Regisseur, Pädagoge Hans Siegert, Volkskündler und Heimatdichter Joachim Müller, Germanist Irmga Thulich, Bergsteigerin und Malerin Thomas Köhler, Rennrodler Ulrich Gressiker, Synchronsprecher und Schauspieler Klaus Bartel, Politiker, Die Linke Dietrich Kampf, Skispringer Albrecht Böttcher, Mathematiker Barbara Petzold, Ski-Langläuferin Personen mit Beziehung zur Stadt Johann Georg Gottschalt, Hammerwerksbesitzer in Wittigstahl, Breitenbach und Schlössel August Ferdinand Axt, Evangelischer Geistlicher und Mitglied des Sächsischen Landtags Edwin Bauer, Pfarrer und Autor Martin Hemitsch, Architekt wurde tot im Staatsforst aufgefunden Hans Knospe, Fotograf aus Selin, Betrieb ein Fotohaus im Ort Horst Gebler, Wetterwart auf dem Fichtellberg Gotthard Trommler, Nordischer Skitreiner Heinz Nestler, Nordischer Skitreiner Eberhard Riedel, Skirennläufer Christine Nestler, Skilangläuferin Erik Frenzel, Nordischer Kombinierer Kristoffer, Steiner, Nordischer Kaffee, Nordischer Kaffee, Hamburg